Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 2. Ja, bevor das Video beginnt, will ich sagen, ihr könnt meine Videos auch gerne weiterempfehlen. Und da ist auch ein Daumen hoch für mehr da. Oder wenn ihr gar kein Video verpassen wollt, auch ein Abo. Würde mich sehr freuen. Und dann geht's jetzt auch los. So. Wenn die Mutter dann auch mal mit ihrem Buch fertig ist, könnten wir schon mal das vorbereiten. Weihnachtsplätzchen, Omelette, Käsekuchen. Jetzt brennt schreiig. Aber damit's nicht brennt. Damit's nicht brennt, haben wir das hier. Das war eine gute Erinnerung. Wohltätigkeit? Ne. Wow, die Kohle werde ich hemmungslos auf den Kopf hauen. Schließlich habe ich alles selbst verdient. Nein. Das war mein Verdienst. Also von daher... Boah, der sieht gut aus. Wegstellen. Und weg ist er. Davon muss sie ja nichts lernen. Ja, das kann sie ja sehr gut. Wett mal, wo fällst ich mit deinem Buch? Mutter. Das ist etwas schneller, damit's... Da komm, eine Spielekonsole. Das kannst du dir dann später kaufen. An den Film ansehen. Ein... Nein. Wehrwolf. Der Butler war's immer. Nicht vergessen. So, schön. Warum? Okay, du bist komisch. Das ist mir ein komischer Sinn. Du bist komisch. Nein. Urlaub suchen. Äh. Das machen wir mal einfacher. Machen wir mal Jobbildung. Machen wir mal den Job. Ja, Mann, so... Ups. Das hast du jetzt zum 8.000.000 Mal geputzt. Geh mal den mal trinken, Geld. Hey du, komm her. Für mich? Wow, du bist der... du bist ne Wucht. Nice. Das Geld hast du auch verdient. Und ich meine, die Arbeitsfläche und den Herd putzt jetzt schon zum 8.000.000 Mal. Und schon wieder, ne. Okay. Was macht denn die? So lang dauert doch kein Roman. Bis sie fertig ist, haben die Kinder wieder schwule. Ne, ganz echt. Du hörst jetzt sofort damit auf. Ein Direktor einladen. Der Direktor der Privatschule würde gern zum Abendessen vorbeikommen. Bist du in Stimmung für ein wenig Smalltalk? Vielleicht springt er bei der gebührenfreien Besuch einer Privatschule für dich raus. Ja. Ja gut, ja. Jetzt kannst du deinen Roman weiterschreiben. Kannst du deinen Roman eh weiterschreiben. Ach ja, der Butler ist ja jetzt gegangen. Schweine-Kotelett. Äh. Immobilien... Ferienhaus. Gucken wir mal. Ja, Bikini-Island. Was gibt's denn so schöne Häuser? Ja, eine schicke Bude. So ein Haus wär doch was. Das können wir uns richtig leisten. Nimm mal das winzige Haus da. Ja. Jetzt haben wir ein Haus. Würde der Butler die Pfützen hier auch aufwaschen. Also wegmachen. Wegstellen. Das ist alles für morgen. Ich mach mal schneller, weil es uns reicht die Zeit nie. Und jetzt haben wir ein Haus. Einfach irgendwie. Wie? Wer gibt's denn da? Wie? 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 Tja! Tschüss! Hab noch einen schönen Tag! Das ist schön! Aber dieses Bild gefällt mir. Das ist... Yeah! Jetzt mal klappt's mit Privatschule. Ich würde die Zeit etwas schneller machen. Und dabei etwas Geld abgreifen. Spiel doch mal was Schönes! Ah, die Heizung macht Geräusche. Entschuldige, das wusste ich gar nicht. Warum? Warum? Wie können wir die Fenster eigentlich... Warum haben die Fenster hier eigentlich sowas... So öffnen! Ja! Ah! Ich bin wieder da! Also auf jeden Fall! Der Butler ist wieder da! Ja! Ja! Nein! 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 Guck mal denen einfach nur Mike Geld! Ja! 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 ist es eh schon 17 Uhr, also im Spiel. Zurück ist der nicht so wie in Sims 4. Nee, der steigt nicht in den Whirlpool. Das ist ein Auto? Hm. Wir begrüßen den Typ mal. Jetzt sieht man, dass hier nichts ist. Okay. Über Schule reden. Grund führen. Komm, folge mir. Falscher Raum. Hey, ich seh nix. Wenn sie in dem Raum stinkt, das ist die Badewanne. Wer feiert den Raum? Boah, 90 Punkte. Der Raum ist 10 Punkte wert. Seien wir hier jetzt ins Größte. Ja gut, besser als nix, oder? Dann haben wir hier noch die Küche. Achso, das hast du schon gesehen. Dann kommen sie nach oben. Es gibt noch das zweite Stockwerk. In dem geht richtig die Party ab. Ähm. Reste nehmen. Kuchen. Kuchen. Oh, blabber. Hier, I'll run. um das das viel dann die 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 Was ist das? Mist! Ja nochmal! Ich glaube wir werden ihnen einfach richtig viel Kaffee servieren. Das passt. Ja nochmal! Was ist das? Ja weißt! Ja weißt! Wir sehen uns wieder. Ja weißt! Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Das ist ein wohnste. Ja, ist ein wohnste. Das tut, was wir? Das war's. Was ist hier bei der Arbeit? Was ist denn das für eine alte Schummelkiste? Schreib du auch mal einen Bericht. Es freut mich, wenn deren Noten sich verbessern. Aha, das nennt man also verbessern. Was ist denn das für eine Schummelkiste? Was ist denn das für eine Schummelkiste? Ähm... Tschüss! Komm, ich will wenigstens noch das eine schaffen mit dem Essen. Jetzt mal kippen wir den aber richtig Kaffee hinterher. So, jetzt begrüßen. Pausieren. Und Führung. Dann da hingehen. Dann hier noch das Badezimmer. 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 Was ist dein Ernst? 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 Du hast dein Ernst? Was ist dein Ernst? Was ist dein Ernst? Was ist dein Ernst? Was ist dein Ernst? Ja, 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 ja... Was ist dein Ernst? Aber ich würde sagen... Das war's... Wir sehen uns...